hallo und ganz herzlich willkommen bei einem weiteren video tutorial zu leitstellenspiel.de heute habe ich drei neuerungen und zwei davon möchte ich euch zeigen eine erzähle ich euch nur kurz auf den feldwegen wird jetzt schneller gefahren das haben ja relativ viele leute angemerkt dass auf den feldwegen irgendwie nur mit fünf kmh gefahren wird da habe ich gleich direkt reagiert und das direkt umgestellt das problem bei open street map ist beim gutenplaner man muss die ganzen routen erst neu berechnen und das dauert wahnsinnig lange mehrere tage und deswegen ist das erst jetzt drin aber wie gesagt auf den feldwegen wird jetzt auch schneller gefahren und ja das wäre der erste punkt der zweite punkt ist auch relativ schnell erzählt und zwar gibt es in der feuerwehrschule jetzt einen neuen lehrgang und zwar den elw2 lehrgang den sollten schon mal so vorsorglich alle spieler machen mit machen mit mindestens 13 feuerwachen der elw2 also das fahrzeug ansatz leitwagen 2 gibt es aktuell noch nicht im spiel ja wer jetzt aber so ein bisschen clever ist der wird relativ schnell feststellen dass dieses fahrzeug demnächst kommt ab 13 feuerwachen wann das fahrzeug genau kommt kann ich noch nicht sagen aber ja das müsste jetzt irgendwie die nächsten tage passieren dann kommt hier der elw2 dann könnt ihr den auch kaufen aber wie gesagt ihr könnt erst mal mit dem lehrgang anfangen dann habt ihr da so ein bisschen vorsprung und könnt damit dann direkt loslegen was gibt es noch und zwar ist das jetzt nur für die grafiker alle anderen spieler die keine grafiken machen wie zum beispiel fahrzeug grafiken oder sowas können jetzt im prinzip abschalten oder sich das ganze aber auch angucken und zwar bei den fahrzeug grafiken die könnt ihr ja aktuell im forum hochladen und da können sich spieler im forum jetzt diese grafiken in ihr spiel reinholen das ist ja relativ aufwendig weil das muss man für jedes fahrzeug einzeln machen und das ist kompliziert für den eigentlichen spieler da wäre es doch eigentlich schön wenn es hinterher einfach eine galerie geben würde wo man sich ein grafik set also von einem grafiker alles ins spiel übernehmen könnte und genau das möchte ich bauen und da brauchen die grafiker natürlich so ein bisschen vorlauf und den habt ihr jetzt und zwar die grafiker können jetzt einfach oder jeder der sich das auch angucken möchte kann jetzt einfach ein x beliebiges fahrzeug aufrufen und das bearbeiten ganz hier unten links ist so ein ganz 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 kleiner punkt den einfach anklicken und dann kommt man zu einem grafik set bzw man kann selber grafik sets anlegen was ist ein grafik set ein grafik set ist eine zusammensetzung von grafiken für fahrzeuge also wenn ich jetzt ein grafiker bin und ich mache nur eine art von grafiken dann lege ich ein grafik set an wie das ausseht zeige ich euch gleich wenn ich jetzt aber mehrere grafik typen habe zum was was weiß ich ich habe zum beispiel fahrzeuge aktuelle fahrzeuge oder berliner fahrzeuge oder was weiß ich was fahrzeuge aus den 80ern dann kann ich das entsprechend benennen also man gibt eine bezeichnung ein für dieses gesamte grafik set das sind dann was weiß ich bielefelder fahrzeuge dann entscheidet ihr schon ob das öffentlich sein soll oder nicht im moment hat das noch keine auswirkungen das kommt erst später dazu dann aber auch in einem späteren video mehr ihr speichert das ganze und dann könnt ihr für jedes für jede fahrzeug kategorie ein fahrzeug festlegen ich habe jetzt mal aus dem forum habe ich mir mal ein super gutes bild runtergeladen das werde ich jetzt einfach hier festlegen das ist nämlich ein gewge fahrgut wie gesagt ihr solltet das nur machen wenn ihr wirklich selber eigentümer in der grafiken seit das mache ich jetzt natürlich noch mit allen anderen fahrzeugen dann habe ich hinterher für jedes fahrzeug ein bild kann es sein hinterher veröffentlichen und dann können später wie gesagt das geht noch nicht jetzt andere das komplette grafik set übernehmen und das heißt sie brauchen nicht jedes einzelne fahrzeug zu updaten sondern wenn man selber eine verbesserung an dem bild hat dann kann man das auch direkt machen und das wird bei allen anderen spielern übernommen wie gesagt das ist im moment noch ganz ganz früh hier es ist auch noch nicht verfügbar für den eigentlichen spieler also ihr könnt das noch nicht übernehmen diese bilder in euer in euer spiel aber grafiker können schon mal ihre grafik sets anlegen das hat den vorteil dass wenn wir dann so in so zirka ja ein bis zwei wochen irgendwann damit starten also dass das dass wir das verfügbar machen dann haben wir natürlich direkt schon grafik sets vorhanden und spieler können direkt sich ein grafik set auswählen das ist einfach der große vorteil deswegen habt ihr grafiker jetzt so ein bisschen vorlauf und könnt da ja mit agieren so das war jetzt viel gerede aber das war es erstmal von mir wie gesagt ich fasse noch mal kurz zusammen auf den feldwegen wird schneller gefahren die ausbildung des elw 2 ist jetzt verfügbar und für die grafiker jetzt das gute tool womit sie grafiken für ihre fahrzeuge festlegen können und die grafik sets festlegen können das war es von mir wenn es euch gefallen hat würde ich mich super freuen wenn ihr einen daumen nach oben gebt auf facebook auf like drückt oder was dazu schreibt und dann würde ich sagen wir hören uns die tage wieder bis dann danke ciao